Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der zweite Part meiner Love Island Challenge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück. Wir sind heute wieder bei der Love Island Challenge. Und ich bin gerade live auf Twitch und ich finde es ein bisschen cringe, nebenbei so YouTube-Intros aufzunehmen. Aber das ist jetzt einfach so. Auf jeden Fall, in der letzten Folge, also in der ersten Woche, ist ja leider unser Ethan rausgefallen. Er hat es leider nicht geschafft, einen Partner bzw. eine Partnerin zu finden und musste deshalb gehen. Leider. Wir alle mochten Ethan so unglaublich gern. Er war wirklich eine Bereicherung für die Villa. Er war immer so freundlich und offen und alle haben ihn geliebt. Oder so. Auf jeden Fall kommen in dieser Woche gleich zwei neue BewohnerInnen hinzu. Wir haben sie schon ausgewürfelt und ich stelle sie euch gleich näher vor. Deshalb hätte ich gesagt, wir starten am besten gleich ins Spiel rein. Falls du übrigens gerne auch mal live dabei wärst und gerne mitentscheiden würdest, schau auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Wir spielen jetzt jeden Donnerstag an dieser Challenge weiter. Also, das sind unsere beiden Neuzugänge diese Woche. Hier haben wir eben unsere Jesenia und hier haben wir unseren Amadou. Ich bin schon sehr gespannt, wie es mit ihnen weitergeht. Nochmal, unser Amadou ist ja hier, um seinen Seelenverwandten zu finden und er ist freischaffender Künstler. Also er ist Freelancer und er ist eben Künstler. Unsere Jesenia, die ist Partylöwin. Also sie ist ein sehr wilder Sim. Ich bin schon sehr gespannt. Ich meine, sie ist aufgeschlossen, selbstsicher, fröhlich und romantisch. Also mit ihr soll es jetzt nicht so viel Drama geben. Ja, und er ist eigentlich, glaube ich, auch ein ganz angenehmer Sim. Er ist zwar sozial unbeholfen, aber das ist ja nicht so dramatisch. Dann beginnen wir jetzt mit dem Tischtennismatch. Das heißt, wir starten jetzt die erste Challenge. Zwei gegen zwei können, glaube ich, spielen. Das heißt, wir brauchen jetzt mal vier, die gegeneinander antreten. Jetzt werden vier ausgelost. Und die, die gegeneinander antreten, da der Verlierer fliegt einfach raus. Und die, die nicht genommen werden, die haben Glück. Okay? Weil sonst dauert es, glaube ich, zu lange. Amadou kommt ins Haus und muss gleich teilnehmen. Er muss sich gleich der Challenge stellen und fliegt vielleicht raus. Na toll. Amadou spielt gemeinsam mit Yannick. Oh mein Gott. Yannick. Unser Yannick, den alle lieben, mit dem jeder im Buschtechtel mächteln will. Vielleicht fliegt er bald raus. Die beiden spielen gegen Zoe und Mandy. Okay. Das heißt, okay, ich glaube, sie müssen eins gegen eins spielen. Dann werde ich es jetzt einfach Fairness halber so machen, dass zuerst Yannick gegen Amadou spielt. Weil die beiden wurden ja als erstes ausgelost. Dann spielt Zoe gegen Mandy. Und die Verlierer von den jeweiligen Spielen spielen dann nochmal gegeneinander. Und der, der dann verliert, der muss das Haus leider verlassen. Das Glücksrad hat also entschieden, dass vier unserer Kandidaten und Kandidatinnen jetzt ihre Künste in Bierpong auf die Probe stellen müssen. Einmal unser Yannick, der hier fleißig schon in Richtung Bierpong-Tisch schwimmt. Dann unser Amadou, der sich noch gar nicht auskennt, weil er gerade erst hier angekommen ist. Und schon muss er seine Künste auf die Probe stellen. Dann unsere Zoe, die traurig ist, weil Yannick nicht nett zu ihr war. Und dann noch Mandy, die, ja, einfach Mandy ist. Zu ihr habe ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Als erstes treten auf jeden Fall mal Yannick gegen Amadou an. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Und ich hoffe, dass das dann auch da steht, wer gewonnen hat. Ich habe das nämlich noch nie gespielt. Schauen wir ihn, nein, schauen wir ihn so zu. Dann sehen wir auch, oh. Amadou hat den ersten Punkt gemacht. Und Yannick hat nicht getroffen. Oh nein. Yannick, du bist in Gefahr. Was machen wir mit Toni, wenn du nicht da bist? Er weint nämlich deshalb auch. Aber Amadou hat jetzt auch nicht getroffen. Also Yannick, es besteht noch die Chance, dass du es schaffst. Und trifft er nun. Nein, Yannick, du musst dich schon ein bisschen anstrengen. Sonst fliegst du raus. Und Amadou hat schon wieder getroffen. Oh oh. Yannick ist in großen Schwierigkeiten. Vor allem jetzt wird er halt auch betrunken. Ich glaube, das wird nichts mehr. Yannick. Yannick wird uns bald verlassen. Seht ihr es auch schon? Armer Yannick. Übrigens, ich habe die Selbstständigkeit noch ausgestellt. Das muss ich dann auch noch einstellen. Warum weinen die die ganze Zeit? Es ist nur Bierpong. Wobei in Wirklichkeit, sie wissen vermutlich, was auf dem Spiel steht. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Verlierer dieses Matches das Haus verlässt. Amadou hat schon wieder getroffen. Das heißt, wenn ich Bierpong richtig verstehe und ich habe noch nie Bierpong gespielt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber ich schätze mal, Yannick hat nur noch ein Leben. Das heißt, wenn Amadou jetzt nochmal trifft, hat er verloren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und Amadou hat getroffen. Hat Yannick jetzt verloren? Das Spiel geht an Amadou mit einer Punktzahl von 4. Sorry, Yannick. Nächstes Mal viel Glück. Endergebnis 4 zu 1. Mandy, du spielst jetzt Bierpong gegen Zoe. Oh mein Gott, die beiden hassen sich so. Ich hoffe, die wollen überhaupt zusammen Bierpong spielen. Ah, jetzt sind sie aber glücklich. Ja, schön. Denn Zoe scoort gleich mal beim ersten Mal. Geht ihr zwei mal ein bisschen weg? Stillt den Mädels nicht die Show. So. Wow. Habt ihr diesen arroganten Wurf gesehen? Mandy schaut nicht mal hin und ist so. Haha, Zoe, ich bin viel besser als du. Und warum hast du überhaupt noch dein Abendkleid an? Ich habe einen Badeanzug an, weil ich bin so cool. Ja, genau so reden die miteinander. Aber Zoe trifft auch. Die beiden sind voll gut. Also, Amadou und Yannick waren dagegen echt schlecht. Also, richtig schlecht. Mandy, das war jetzt die Arroganz. Das wissen wir alle. Das war nur deine Arroganz. Weint man denn echt auch, wenn man bei Bierpong daneben schießt? Ich weiß nicht. Aber Zoe hat jetzt auch daneben geschossen. Aber Zoe ist noch immer vorne. Also, Mandy hat noch zwei Leben und Zoe hat noch drei. Und Zoe hat wieder getroffen. Das heißt, Mandy hat nur noch ein Leben. Oh, oh. Sind sie jetzt eigentlich betrunken? Und warum ist Mandy so? Ach, Mandy ist wütend. Immer noch wütend, weil über jemanden in der Nähe wütend ist. Auf wen ist sie nur wütend? Hm. Mandy oder Yannick. Ja, sieht so aus. Das ist der letzte Schuss jetzt von Zoe. Okay, Mandy kann sich vielleicht noch retten. Also, die Möglichkeit besteht noch. Es ist zwar nur eine kleine Wahrscheinlichkeit, aber sie besteht noch. Mandy, streng dich an. Und nun steht es ein Leben zu zwei Leben. Also, wenn Zoe jetzt nicht trifft, dann hätte Mandy tatsächlich noch eine realistische Chance. Aber wir werden sehen. Es ist spannend. Okay. Okay, Mandy hat verloren. Das heißt, Zoe gegen Yannick. Das Spiel geht an Zoe mit einer Punktzahl von vier. Sorry, Mandy. Nächstes Mal viel Glück. Das Endergebnis ist vier zu zwei. Das heißt, Mandy hat leider verloren. Zoe, du gehst jetzt mal ein bisschen darüber. Und dann werden jetzt Yannick, ja, Yannick und Mandy gegeneinander kämpfen. Yannick und Mandy. Tatsächlich muss Yannick jetzt gegen eine Person spielen, mit der er nicht im Busch getächtelmächtelt hat. Sind ja gar nicht mehr so viele übrig geblieben, wenn wir uns ehrlich sind. Äh, Mandy? Gehst du nicht auf deinen Platz? Yannick hat auf jeden Fall getroffen. Er stellt sich jetzt schon mal besser an als im vorigen Spiel. Und Mandy ist dran und trifft auch. Okay, das könnte spannend werden. Es steht drei zu drei. Yannick hat schon wieder getroffen. Warum ist denn er auf einmal so gut? Vorher war er so schlecht. Und Mandy hat auch schon wieder getroffen. Zwei zu zwei. Es wird spannend. Und Yannick? Yannick hat verkackt. Oh oh. Yannick hat verkackt. Und nun ist Mandy wieder an der Reihe. Es steht zwei zu zwei, aber Mandy ist am Zug. Und sie hat getroffen. Wenn Yannick jetzt nicht trifft, dann ist alles vorbei. Alles. Und er ist jetzt auch noch betrunken. Oh nein. Aber er hat getroffen. Er fühlt sich benommen, weil er ist besoffen. Er ist erledigt und am Ende. Und Mandy ebenso. Also, die sind anscheinend nicht so trinkfest. Yannick hat verloren. Ich bin voll traurig. Leute, Yannick geht. Könnt ihr das überhaupt realisieren? Das Spiel ist beendet. Mandy hat mit einer Punktzahl von vier gewonnen. Und Yannick muss jetzt gehen. Yannick, komm mal daher. Yannick, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich werd dich vermissen. Ich find dich so süß. Du und Toni, ich hab gedacht, ihr seid Liebe für immer. Aber es ist Teil der Show. Du musst jetzt leider gehen. Es tut mir so leid, Yannick. Wir haben dich alle geliebt. Ja, wir haben dich alle. Geliebt. Ja, aber Spiel ist ein Spiel. I'm sorry. Yannick wird jetzt aus der Familie entfernt. Oh mein Gott, ich bin echt ein bisschen traurig. Und jetzt wird er gehen. Wir werden ihn zum Verlassen auffordern. Natürlich schwimmt er noch ein letztes Mal durchs Pool. Und der arme Toni. Sein Mann ist jetzt weg. Sein Seelenverwandter, sein Ein und Alles. Sie sind wirklich Seelenverwandter. Sie fühlen tiefe Verbundenheit. Gegensatzgegensätze ziehen sich an. Und jetzt ist er nicht mehr Teil der Show. Wie wird es mit Toni wohl weitergehen? Niemand weiß es. Gut. Ähm, ich werde jetzt mal als erstes die Selbstständigkeit wieder einstellen. Weil allen Sims geht es ultra kacke. Dann können sie wieder machen, was sie wollen. Dann cheate ich auch mal die Bedürfnisse hoch, damit es ihnen gut geht. Ihr wisst ja, wie das ist. Bei diesem Spiel gerade geht es nicht um Bedürfnisse. Es geht um Love Stories. Ich würde gerne einen eigenen Titelsong schreiben für die Challenge. Einen ganz dramatischen Titelsong. Das wäre irgendwie schön. Als erstes hat sich Schrexer jetzt gewünschen, dass Mandy und Zoe etwas miteinander machen. Und wir werden jetzt herausfinden, was. Mandy und Zoe. Komplimente bei Aussehen machen. Wow, das habe ich ja mal komplett verkackt mit dem Richtigschreiben. Aber gut. Dann wird jetzt Mandy und Zoe ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Mandy ist noch immer voll betrunken vom Bierpong. Wird jetzt hingehen und ihr sagen, Hey Zoe, ich weiß, wir haben uns letzte Woche erst geprügelt, aber du siehst sowas von gut aus. Ich meine, ich bin vielleicht ein bisschen besoffen, aber du bist so schön. Sie hat es angenommen. Überraschenderweise hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Das war sogar jetzt ein bisschen flirty. Also sie hassen sich jetzt nicht mehr zu 100%, sondern nur mehr zu 92%. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Als nächstes wünscht sich Tarina Amadou und Toni. Schauen wir mal, was da passiert. Prügeln. Oh Gott. Amadou und Toni müssen sich prügeln. Also, Amadou, du gehst jetzt zu Toni und wirst dich mit ihm prügeln. Das mit dem Prügeln dauert ja immer ein bisschen. Hey, da muss man wieder was staubsaugen. Was haben wir denn denn? Ein Butler? Ach, wir haben aber keinen Staubsauger. Okay, hier ist Toni. Amadou wird jetzt erstmal hingehen und wird ihn anbrüllen. Einfach mal anbrüllen und sagen, Hey, ich kenne dich zwar nicht, aber du siehst blöd aus, deshalb brülle ich dich jetzt an. So streitet man sich. Ich kenne mich aus. Ich weiß das ganz genau. Schnell. Äh, gut. Amadou mag Fitness auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Muss er nicht mögen. So. Aber er muss sich jetzt auf jeden Fall mit Toni streiten. Oh, und da hinten tanzen schon zwei. Wer ist denn das? Zoe und wir sind hier tanzen da hinten. Und er schreit ihn voll an. Dann wird er ihm verbotene Wörter um die Ohren wollen. Toni ist einfach so lieb, dem ist es komplett egal. Der ist einfach so, ja, schrei mich halt an. Ich hab dich trotzdem gern. Dann werden sie über Musik streiten. Warum auch immer? Können wir nur weghin? Oder hä? Dann gib ihm ein gemeines Geschenk. Dann werden wir mal über Outfits spotten. Wait, what? Was ist Toni eigentlich für ein zuckersüßer Sim? Er gibt ihm ein gemeines Geschenk. Und Toni hat jetzt die Stimmung. Ein aufgewecktes Geschenk. Toni erinnert sich liebevoll daran, ein Geschenk von Amadou erhalten zu haben. Es lebe das Einwegglas. Toni ist einfach viel zu süß. Könnt ihr euch jetzt bitte hassen? Ihr müsst kämpfen. Ihr müsst doch kämpfen, Leute. Brülle nochmal an. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Das wird, glaube ich, nicht mehr. Dann kann er... Verspotte ihn. Bier auf ein Getränk. Streit über Karriere. Brülle ihn nochmal an. Verspotte ihn nochmal. Brülle ihm verbotene Wörter um die Ohren. Kämpft endlich. Schubs ihn. Die wollen einfach nicht kämpfen. Dann brülle nochmal. Und schubs ihn wieder. Ich glaube, Toni ist viel zu lieb. Ja, die verstehen sich einfach noch immer viel zu gut. Ich kann gar nicht glauben, dass Yannick nicht mehr da ist. Ich vermisse ihn. Ach, jetzt ist er wütend. Könnt ihr jetzt... Ach, jetzt ist er nicht mehr wütend. Ähm, ich gebe das mal weg. Ich möchte, dass er wütend ist, damit sie kämpfen können. Provoziere ihn. Spott über sein Outfit. Oh mein Gott, wie lange dauert denn das? Brülle nochmal an. Äh, du kannst doch cheaten. Ja, aber... Oh, die spielen gerade Tischtennis. Ja, schön. Aber das kann ich, glaube ich, nicht cheaten, oder? Also mir würde jetzt kein Cheat einfallen, dass ich das cheaten kann. Ich gebe dann auch die Stimmungen mal weg, damit er wütend ist, weil wütende Sims können eher sich prügeln. Nein! Geh nicht weg, Tony. Wir müssen kämpfen. Beleidige nochmal sein Gesicht. Der fühlt sich einfach viel zu selbstsicher. Können jetzt endlich kämpfen. Ja, kämpfen. Perfekt. Endlich. Tony und Amadou kämpfen. Amadou und Tony werden beide in ihren allerersten Kampf verwickelt. Ich bin schon sehr gespannt. Die beiden werden sich jetzt garantiert hassen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Amadou ist halt schon... Ich weiß nicht, ob der so eine Bereicherung war. Er kam her und das Erste, was er macht, er kämpft. Und er hat auch noch verloren. Und die beiden verabscheuen sich jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Das wird nicht gut. Verabscheut. In dieser Beziehung läuft etwas schief. Kann sie noch gerettet werden? Ich weiß nicht. Was meint ihr? Kann die Beziehung noch gerettet werden? Also, als nächstes haben wir Mandy und Zoe werden miteinander über Interessen reden. Nicht so spannend, aber ja, muss auch mal sein. Mandy, ach, die fühlt sich jetzt sehr unwohl, weil sie verkatert ist. Sie hat einen massiven Kater vom Bierponk spielen. Verstehe ich sehr gut. Und ich habe gesehen, was du getrunken hast. Dann wird sie jetzt hingehen und wird mit ihr einmal... Das wurde alles neu sortiert. Ich bin da immer ein bisschen irritiert. Da, über Interessen reden. Gut. Mandy, schnell... Ach, du bist so... Ach, die ist so müde, weil sie noch immer so betrunken ist. Das kommt nämlich vom Basemental-Alkohol-Mod. Wenn sie dann Alkohol trinken, dann sind sie immer voll müde, wenn sie zu viel getrunken haben. Oh, wie lieb. Die setzen sich jetzt hier zusammen hin und verstehen sich schon wieder mal gar nicht gut. Ja, wie sollte es anders sein? Und dann wollen sie... Ja, sie wollen einander dann auch schon wieder beleidigen. Die zwei verstehen sich einfach nur großartig. Finde ich toll. Die zwei sorgen wirklich dafür, dass hier gute Stimmung herrscht. Jetzt haben sie noch eine negative Stimmung miteinander. Schwelende Groll. Groll nach einem Streit. Verletzt und zornig. Perfekt. Einfach nur großartig. Als nächstes war der Wunsch von Zoe. Olivia Techtel-Mächtel. Dann werden wir das jetzt gleich mal machen. Mit wem wird unsere Olivia jetzt Techtel-Mächteln? Mit Rex? Uh. Ich weiß gar nicht, ob die beiden sich überhaupt schon kennen. Olivia. Wie gut verstehst du dich eigentlich mit Rex? Ja, doch. Ach, die haben 48 Freundschaft. Die verstehen sich eigentlich ziemlich gut. Sie reden auch gerade miteinander. Das passt ja perfekt. Dann wirst du mal hingehen und sagen, hey Rex. Möchtest du mit mir nicht in den Busch gehen? Ich würde da gerne mit dir Techtel-Mächteln. Was meinst du dazu? Ist das eine gute Idee? Natürlich ist das eine gute Idee, oder? Ja. Klar. Und Tony ist schon wieder am Tanzen. Der hat sich anscheinend von seinem Kampf wieder erholt. Finde ich toll. Und Rex muss schon wieder Sport machen und hasst sein Leben. Tja. Das ist jetzt halt leider so. Und dann verschwinden die beiden wieder in einen Busch. Ich finde es übrigens spannend, dass die immer Techtel-Mächteln wollen miteinander und dass niemand ablehnt. Und jetzt bin ich auch schon gespannt, wie viel romantische Leister da kommen wird. Weil manchmal war es dann ja voll, manchmal nur ein bisschen. Das war immer unterschiedlich. Ich bin schon echt gespannt. Rex geht es halt echt nicht gut. Miese Zeit, weil er die ganze Zeit Sport macht und keinen Sport mag. Wow. Er ist angespannt, weil er nicht genug Training hat und fühlt sich schlecht, weil er so viel Sport macht. Wow. Gut. Die sind jetzt gute Freunde, aber haben keine romantische Leiste miteinander? Das finde ich jetzt sehr spannend. Die haben gerade Techtel-Mächteln, sind jetzt beste Freunde, aber haben keine romantische Leiste miteinander. Das verstehe ich absolut gar nicht. Aber gut. Dann hat sich Yassi auch nochmal gewünscht, dass Olivia mit jemandem Techtel-Mächtelt. Mit wem wird sie diesmal Techtel-Mächteln? Mit Mandy. Okay. Das ist auch mal was Neues. Mandy, komm mal schnell her und geh mit Olivia Techtel-Mächteln. Gleich im Busch, weil wir stehen ja schon hier. Und das Ding ist, ich glaube jetzt wäre Rex nicht mal sauer, wenn er es sieht. Also, er wäre noch immer sauer, weil er hat hier ja auch irgendwo noch die Stimmung. Nee, jetzt nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, ich glaube, dass er nicht sauer wäre, weil die beiden haben ja keine romantische Leiste miteinander. Ja, okay. Und jetzt Techtel-Mächteln Mandy und Olivia miteinander. Hä? Okay, sie haben es selbst wieder abgebrochen. Wenn das passiert, wie gesagt, wiederhole ich es nicht. Aber sie haben jetzt ein bisschen romantische Leiste bekommen, obwohl sie nicht wirklich Techtel-Mächtelt haben. Ich verstehe es nicht. Schon ein weirdes Spiel. Ja, so. Wo sind wir stehen geblieben? Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ach genau. Schreckser hat sich gewünschen. Toni Techtel-Mächteln-Busch, um sich von der Prügelei und dem Verlust von Yannick abzulenken. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Mit wem wird unser Toni jetzt Techtel-Mächteln? Mit Zoe? Nein. Ich wollte gerade sagen, hatten die beiden nicht was am Laufen, aber überhaupt nicht. Die beiden sind, glaube ich, eigentlich gar nicht so gut aufeinander zu sprechen, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat Zoe ja Yannick dabei erwischt, wie er sie mit Toni hintergangen hat. Okay. Tja, werden wir sehen, was dabei herauskommt. Toni, wo bist du? Hier ist unser Toni. Und wo ist... Zoe? Zoe, wo bist du? Hier. Was macht sie da? Ach, sie sieht sich das an. Schön. Ja gut. Toni geht jetzt einfach gleich mal hin und wird... Wieso können die nicht Techtel-Mächteln? Flirt mal mit ihr. Hä? Normal können die doch immer Techtel-Mächteln. Ich verstehe es gerade gar nicht. Oh. Er geht jetzt einfach ganz rundherum. Anstelle, dass er hier einfach durchgeht. Diese Sims. Ich sag's euch. Diese Sims. Aber gut, er geht jetzt mal hin und flirtet sie ein bisschen an. Und dann können wir dann Techtel-Mächteln? Ja. Techtel-Mächtel im Busch. Perfekt. Sie mussten sich, glaube ich, nur ein bisschen aneinander annähern. Und natürlich gehen die beiden. Toni kennt jetzt die Techtel-Mächtel-Interessen von Zoe. Ja, das finde ich schön. Haben die eigentlich schon irgendeine Beziehung miteinander? Ja, ein bisschen angebandelt haben sie schon mal. Aber nicht wirklich. Warum steht immer... Achso, Zoe hat das erste Techtel-Mächteln. Zoe, du hattest noch gar kein Techtel-Mächtel hier? Ja, Lüge. Du hattest doch ein Techtel-Mächtel mit Yannik, oder? Ich verstehe gar nichts mehr. Aber Zoe, muss man sagen, die wählt... Also... Wie soll ich sagen? Die wählt genauer aus, mit wem sie anbendelt. Weil da gab's nur den Yannik, der ist jetzt nicht mehr da. Und jetzt den Toni. Und andere sind da schon ein bisschen anders unterwegs. Ja. Die beiden sind jetzt auch wieder nur in der Freundschaft vollgestiegen, aber gar nicht in der Romantik-Leiste. Ich finde das so spannend, wie das immer so unterschiedlich ist. So. Und der nächste Wunsch war von Mary, dass die... Ich hab's gerade gelernt. Yesenia. So. Dass die Yesenia mit jemandem Techtel-Mächtelt. Und wir müssen natürlich jetzt noch auslosen, mit wem. Und das werden wir jetzt gleich machen. Mit wem wird unsere Yesenia Techtel-Mächtel? Mit Olivia. Ich weiß nicht, ob die beiden sich schon kennen. Aber ist ihr eigentlich auch egal. Die beiden gehen jetzt in den Busch. Kennst du schon, Olivia? Ein bisschen. Wo ist Olivia? Hier. Ach, die ist eh gerade sehr kokett. Und spricht da mit Rex. Sie stehen literally ineinander. Traumhaft. Dann wird sie jetzt mal hingehen. Und wird... Techtel-Mächtel im Busch mit ihr machen. Sehr gut. Sie schwimmt langsam zu ihr rüber. Wie sollte es anders sein? Baut niemals so einen Pool. Es ist... Nicht gut für Sims. Es ist alles sehr buggy. Und die beiden gehen jetzt Techtel-Mächtel. Natürlich funktioniert alles wie immer wie geschmiert. Schauen wir, ob sie es auch machen. Äh, was tut ihr? Okay. Das war eine weirte Pause. Aber jetzt gehen sie zum Busch. Ach, ich erfülle mal da ein bisschen die Bedürfnisse. Nicht, dass da noch irgendwer verhungert. Das ist keine Squid Game Challenge. Die sollen alle überleben. Ihr seht, ihr habt das erste Techtel-Mächtel. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es zwischen deren Liebesleister dann ausschaut. Das ist immer so unterschiedlich. Ich finde das so faszinierend. Die haben jetzt überall fast die Hälfte. Wie schräg. Gut, dann hätten wir das jetzt auch gemacht. Als nächstes haben wir... Olivia soll jemanden küssen. Das hat sich Yassi gewünscht. Dann werden wir das jetzt auch gleich machen. Jetzt sehen wir, wen Olivia küssen soll. Toni. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ja... Och, die küssen sich da jetzt auch. Oh, wie süß. Was wollte ich sagen? Genau, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich Yassi ja auch immer gewünscht, dass etwas zwischen Olivia und Toni passiert. Toni war nur dann sehr abgelenkt mit unserem... Janik. Aber Janik ist nicht mehr da. Das heißt, jetzt wird sie hingehen. Und wird... Ach da, was. Hier. Und wird ihn küssen. Hoffentlich sieht das... Jesenia nicht. Dann könnte das auch für deren Beziehung schwierig werden. Oh oh. Sie gehen beide in die gleiche Richtung. Hier ist Toni. Hier ist Jesenia. Oh oh. Wird Jesenia die Nächste sein, die im Schrank weint wegen einem Mann? Wir werden es gleich herausfinden. Die zwei küssen sich und sie... Oh oh. Aber ihr scheint es gut zu gehen? Sie scheint kein Problem damit zu haben? Überhaupt nicht. Okay. Sie ist offener dem Ganzen gegenüber, als ich mir gedacht hätte. Oder zumindest auch als Zoe ist. Spannend. Dann haben wir noch Jesenia und Rex. Gut. Dann... Was müssen Jesenia und Rex miteinander machen? Techtelmechteln. Wie sollte es anders sein? Natürlich. Immerhin Techtelmechteln alle die ganze Zeit. Also. Jesenia. Wo ist Rex? Rex? Rex, bist du eigentlich dumm? Also es tut mir echt leid. Aber das frage ich mich jetzt wirklich. Du magst keinen Sport. Es geht dir immer kacke, wenn du Sport machst. Aber du machst trotzdem Sport. Und ich glaube, du hast Amadou da eingeklemmt. Der kommt ja, glaube ich, nicht mehr raus. Amadou, geht es dir gut? Komm da mal raus. Nicht, dass der da verhungert, weil er da in der Ecke glitscht. Ja. Okay. Rex, geh mal hier hin. Jesenia möchte nämlich mit dir Techtelmechteln. Jesenia. Ja. Techtelmechtel im Busch. So. Los geht's. Auf ein neues. Och, er stinkt voll. Techtelmechtel. Finde ich toll. Es funktioniert so gut, dass die immer Techtelmechteln. Die hatten... Achso, die haben dadurch jetzt ein bisschen eine Liebesbeziehung bekommen. Ich bin schon gespannt, was dann zwischen denen jetzt passiert. Ich bin echt schon gespannt auf die heutige Matching-Zeremonie. Ich glaube, ich werde das jetzt so machen. Ich lasse das Rad jetzt noch offen. Bis 45. Also noch 10 Minuten. Dann erfüllen wir alles und dann machen wir die Matching-Zeremonie. Also 10 Minuten habt ihr jetzt noch Zeit, um das Rad einzulösen. Das hat jetzt an der Beziehung zum Beispiel wieder fast gar nichts gemacht. Es ist echt merkwürdig. Okay. Als nächstes hat sich Jassi gewünschen. Olivia und Toni. Olivia und Toni. Also Olivia und Toni. Die beiden werden jetzt miteinander... Techtelmechteln. Wie sollte es anders sein? Natürlich werden auch sie miteinander Techtelmechteln. Techtelmechteln. Olivia. Hier ist Olivia. Wo haben wir Toni? Toni ist gerade am Duschen. Ja, Olivia. Dann könnten wir doch eigentlich mal versuchen, Techtelmechteln in der Dusche zu haben, oder? Das haben wir noch nie gemacht. Geh mal hin. Ach, wir haben es leider nicht zur Auswahl. Gut. Wir gehen jetzt aber mal in die heiße Quelle. Hoffentlich funktioniert das diesmal. Das war ja irgendwie... Die letzten Male hat das ja nie funktioniert mit dem Techtelmechtel in der heißen Quelle. So. Dann Techtelmechteln die beiden jetzt in der heißen Quelle. Also. Die beiden gehen jetzt in die heiße Quelle. Olivia und Toni. Und schauen wir, ob es diesmal funktioniert. Bis jetzt wurden diese Techtelmechtel immer gecrashed. Oder abgebrochen. Die sind ja auch sehr öffentlich, muss man sagen. Es hat geklappt. Die beiden Techtelmechteln miteinander. Oh, oh. Bin schon gespannt, wie das deren Beziehung nach vorne bringt. Die hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Date miteinander. Also die hatten das einzige und erste Date miteinander. Und deshalb ist die Freundschaft ja auch auf 100%. Schauen wir, wie jetzt die Romantik ansteigt. Bin schon sehr, sehr gespannt. Und Jesenia kann jetzt mixen. Das finde ich toll. Es wurde nicht verhütet, aber es gibt keine Schwangerschaft. Oh, wow. 81 Romantik. Toni ist anscheinend sehr schnell über Janik hinweggekommen. Denn jetzt sind die beiden Seelenverwandte. Und empfinden eine tiefe Verbundenheit füreinander. That escalated quickly. Dann hat sich Jesse noch gewünschen. Olivia und Jesenia. Dann werden wir das jetzt auch machen. Olivia und Jesenia. Was werden die beiden miteinander machen? Getechtelmechtelt. Haben sie schon und dürfen sie gleich nochmal. Hoffentlich sieht das Toni nicht. Aber zur Sicherheit gehen die beiden am besten in den Busch. Olivia ist jetzt auch so glücklich. Sie möchte eigentlich nur tanzen. Aber nein, sie macht sich jetzt gleich wieder an ihre zweite Liebschaft heran. Nämlich an Jesenia. Und die beiden werden jetzt im Buschtechtelmechteln. Bin schon sehr gespannt. Und Ethan schreibt am Ende jetzt, ich habe mich gehört, dass du dich mit Jesenia angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. In Wirklichkeit schreibt er wahrscheinlich so, Olivia, ich bin nicht mehr dabei. Kannst du bitte schauen, dass ich wieder teilnehmen darf? Ich hatte zu wenig Sendezeit. Die Zuseher wissen gar nicht, wie cool ich eigentlich bin. Ja. Ethan, es tut mir leid. Du hattest deine Chance. Und die beiden gehen jetzt natürlich zusammen in den Busch. Wie sollte es anders sein? So. Die beiden gehen jetzt in den Busch. Ich bin schon gespannt, wie sie sich dann verstehen. Sie verstanden sich ja schon vorher ziemlich gut. Ja, die beiden verstehen sich auch schon richtig gut. Oh, what? Okay. Okay, never mind. Olivia und Toni, das ist nicht mehr das beste Liebespärchen, sondern das beste ist Jesenia und Olivia, denn die haben 100, 100. Wow. Und irgendwer steht jetzt auf den anderen. Wait. Sie empfinden eine tiefe Verbundenheit füreinander, sind Seelenverwandte und Jesenia ist in Olivia verknallt. Wie süß. So. Als nächstes haben wir dann noch Toni Techtelmechtel im Busch. Okay. Gut. Das hat sich Schrechser gewünschen. Toni, du bist nicht müde. Das ist eine Lüge. Du schläfst jetzt nicht. Wir schauen jetzt nämlich, mit wem du Techtelmechtelst. Ich bin schon sehr gespannt. Mit wem wird unser Toni Techtelmechteln? Mit Jesenia. Die ist gerade erst gekommen. Und was soll ich sagen? Kommt schon sehr gut herum. Die ist tatsächlich gerade auch im Busch, weil sie in den Busch pinkelt. Ähm, ja gut. Das ist jetzt einfach so. Ihr, hä, wieso kennen die sich nicht? Kennt man nicht alle, mit denen man zusammen wohnt? Okay, wir müssen uns anscheinend erst bei ihr vorstellen. Dann werden wir uns mal kokett bei ihr vorstellen. Finde ich komisch, aber okay. Gut, da geht's dann weiter. Antischwarm. Gibt es sowas wie Abneigung auf den ersten Blick? Weil Jesenia die allgemeine Anwesenheit von Toni wirklich nicht mag. I'm sorry, ihr müsst jetzt trotzdem Techtelmechteln gehen. Also ich weiß nicht, ob sie dann mitmacht. Aber du musst sie zumindest fragen. Und ja, ich weiß, sie hat gerade vorhin in den Busch gepinkelt. Und das ist ziemlich eklig, aber das ist jetzt einfach so. So, gut. Dann gehen Jesenia, ja, Jesenia und Toni jetzt Techtelmechteln und sie stinkt auch noch. Das wird ja ein schönes Techtelmechteln. Genau, jetzt haben wir noch Amadou und Mandy. Das hat sich Mary gewünschen. Amadou und Mandy. Was werden die beiden jetzt miteinander machen? Flirten. Okay. Zumindest prügelt er sich nicht wieder. Das ist doch schon mal was. Er ist hier gerade am Snacken. Was isst er denn Gutes? Speck-Salaten-Sandwich, das er selbst hergestellt hat. Haben wir nicht auch einen Butler? Mandy, wo bist du? Oh, Mandy ist sehr traurig. Scheidende Liebe. Mandy hat die Liebe ihres Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. Ist Rex die Liebe ihres Lebens? Oh ja. Sie ist böse auf Rex. Mit wem hat Rex geflirtet? Keine Ahnung, was da schon wieder abgeht. Auf jeden Fall müssen die beiden flirten. Amadou, geh mal hin zu Mandy. Mandy, die ist immerhin gerade ein bisschen, was soll ich sagen, verunsichert, weil Rex ihr nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkt. Deswegen gehst du jetzt hin und wirst einmal mit ihr flirten. Sie mussten flirten, oder? Ja. Flirten. Gut. Amadou, mach dich auf den Weg zu Mandy. Mandy? Komm. Jetzt. Nicht da sitzen bleiben. Simpsen echt. Äh. Das ist nicht Mandy. Mandy ist hier. Das ist Mandy. Geh hin und flirt mit ihr. Okay. Gut. Der rennt ihr irgendwie durchs ganze Haus nach. Okay. Perfekt. Sie haben miteinander geflirtet. Scheint gut gelaufen zu sein. Und sie flirten gleich weiter. Das finde ich toll. Und Rex trainiert einfach schon wieder. Der ist echt ein bisschen doof. Rex, du hast trainieren. Wow. Wow, wow, wow. Und als letztes hat sich Sinfenity, spreche ich das überhaupt richtig aus? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sinfenity hat sich gewünschen Olivia Techtelmechtel. In der Dusche geht, glaube ich, leider nicht. Aber wir nehmen einfach den Busch, weil das ist immer auf Nummer sicher. Olivia Techtelmechtel. Mit wem wird unsere Olivia Techtelmechtel? Das werden wir jetzt herausfinden. Mit Rex. Rex, okay. Da wird Mandy nicht sonderlich glücklich drüber sein. Aber das ist jetzt eben so. Rex, ach, ist schon wieder am trainieren. Rex, du bist so anstrengend. Warum bist du eigentlich so? Und Olivia wird jetzt hingehen. Flirtet mal miteinander. Normal können die doch immer Techtelmechteln. Ich verstehe es nicht ganz. Techtelmechtel im Busch. Oh mein Gott, Mandy. Mandy hat jetzt noch eine negative Stimmung mit irgendwem, oder? War das mit Olivia? Und Tony weint. Oh mein Gott, Tony. Tony weint, weil er und Olivia... Desinteressierter Seelenverwandter. Du und dein Seelenverwandter seid dazu bestimmt für immer zusammen zu bleiben. Aber warum flirtet dieser Sim dann mit jemand anderem? Ähm, ja. Diese Frage stelle ich mir auch, Tony. Was ist mit Olivia los? Und warum wird... Äh... Was? Yannick ruft Jesenia an. Und möchte, dass sie Verbrecherin wird. Ich glaube nicht. Aber danke, Yannick. Der versucht auch unbedingt wieder... ...in der Serie aufzutauchen, oder? Ja, gut. Die beiden gehen jetzt Techtelmechteln. Stand da gerade? Techtelmechtel mit Jesenia? Bei wem? Das habe ich nicht gesehen. Es war schon wieder sehr, sehr wild heute. Aber ich liebe die Challenge. Also ich hoffe, euch gefällt sie gleich gut wie mir. Und ihr könnt mir gern noch Sims erstellen. Also auch, wenn ihr mir schon welche erstellt habt. Ihr könnt mir immer weitere Sims erstellen. Falls nämlich mal ein Sim von euch drin ist und der rausfällt, kann ein neuer von euch wieder reinkommen. Und wenn ihr noch keinen Sim erstellt habt, könnt ihr natürlich auch... Auch gerne einen erstellen. Och, Mandy ist jetzt so traurig. Wie Rex. Oh nein, die Arme. Das war auch die Einzige, die mit Ethan geflirtet hat. Finde ich auch spannend. Ansonsten war keiner an Ethan interessiert. Okay. Gut. Wir cheaten jetzt mal überall die Bedürfnisse hoch. Denn es wird jetzt Zeit für die nächste Matching-Zeremonie. Also. Amadou. Yesenia. Tony. Mandy. Olivia. Rex. Und dann natürlich noch Zoe. Alle müssen mal wieder Abendkleidung anziehen. Wie beim letzten Mal, damit es maximal dramatisch ist. Oh wow, wie viel unterschiedliche Kleidung hat er denn an? Wie cool. Ja, aber dann nehmen wir die. Die ist die coolste. Alle haben ihre Abendkleidung an und Rex mag die Sonne nicht. Oder was ist jetzt schon wieder dein Problem, Rex? Kannst du mir das sagen? Abneigung Sommerhits. Okay. Nun sind wir schon bei unserer zweiten Matching-Zeremonie angelangt. Wir haben wieder sieben Teilnehmer. Denn heute musste uns ja leider unser geliebter Yannick verlassen. Tony war deshalb aber ehrlich gesagt nicht lange traurig. Er hat sich gleich mal Ersatz gesucht. Es ist eben doch eine Dating-Show und man muss einander kennenlernen. Und genau das machen alle. Wir haben ganz neu dabei Amadou und Yesenia. Man muss aber ganz ehrlich sein, Yesenia hat sich um einiges besser angestellt als ihr neuer Kollege. Sie hat geflirtet, sie hat getechtelmächtelt und er, er hat sich nur mit Tony geprügelt. Viel mehr hat er nicht geschafft. Dann natürlich noch im Rennen ist unser Tony. Unsere Mandy, unsere Olivia, unser Rex und unsere Zoe. Wer wird uns heute verlassen? Das werden wir jetzt sehen. Und wie beim letzten Mal, nur damit ihr alle versteht, wie das Ganze abläuft. Ich werde jetzt nochmal am Glücksrad drehen und einen der Teilnehmer aussuchen. Und dieser Teilnehmer wählt dann sein Match. Das wird gewählt anhand der Beziehung. Also mit wem diese Person dann die beste Beziehung hat. Der wird dann ausgewählt und die beiden sind dann automatisch eine Runde weiter. Jetzt werden wir entscheiden, wer als erstes sein Match wählen darf. Und das Rad dreht sich. Es ist Zoe. Zoe darf als erste entscheiden, wer mit in die nächste Runde darf. Und somit ist sie auch automatisch in der nächsten Runde mit dabei. Zoe, mit wem hast du dich gut verstanden? Eins ist sicher. Mandy wird es nicht. Denn mit ihr verstehst du dich absolut nicht. Schauen wir uns mal ihre Beziehungen an. Am besten würde sie sich natürlich mit Yannick verstehen. Der ist aber leider nicht mehr im Rennen. Mandy ist es auf keinen Fall. Olivia ist ziemlich gut, aber mit Toni versteht sie sich besser. Die Liebesleiste ist zwar noch klein. Sie haben nur 10 bei der romantischen Leiste. Aber 69% Freundschaft. Und das ist sehr, sehr viel. Deshalb wird Zoe jetzt hingehen und wird ihm eine Rose anbieten. Und ich bin schon sehr gespannt, ob er sie annimmt. Und ob dann irgendjemand anders böse sein wird. Was ist denn mit euch? Wieso weint ihr denn? Wieso bleibt ihr nicht stehen? Ihr dürft euch doch nicht bewegen. Kommt ihr bitte wieder her, Olivia. Jesenia, kommt bitte wieder her. Äh, äh, ähm, 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 ähm. Er hat es gerade abgelehnt, oder? Hat das gerade abgelehnt? Hab ich mir das gerade eingebildet? Oder hat er sie abgelehnt? Oder? Okay. Dann alles auf Anfang. Alles auf Anfang. Ich mach das nochmal mit den Teleportern. Warum haben die sich auch bewegt? Da Toni nicht mit unserer Zoe in die nächste Runde wollte, müssen wir es nochmal auslosen. Also nochmal von Anfang an. Wer darf nun als erstes sein Match aussuchen? Daraus haben wir jetzt übrigens gelernt, man muss wirklich weise entscheiden. Denn ansonsten kann es sein, dass man nicht weiterkommt. Olivia. Nun darf Olivia ihr Match wählen. Ja, Olivia und Toni, das ist eigentlich, wobei ich will nicht sagen, es ist eindeutig, weil es stimmt nicht ganz. Weil Jesenia und sie verstehen sich auch gut, aber das zwischen Toni und ihr ist einfach mehr. Hier haben wir 181 und hier haben wir 156. Wobei man sagen muss, hier haben wir desinteressierter Seelenverwandte. Und bei ihnen? Ja, wobei, haben wir das da auch. Also, hm. Ja, Olivia geht definitiv zu Toni. Alle wollen Toni, oder? Alle lieben Toni. Das ist die Zusammenfassung dieser Challenge. Olivia wird jetzt hingehen und wird ihm eine Rose anbieten. Ich hoffe, irgendwann werden die auch angenommen. Warum bewegt sie sich immer? Oh. Und er nimmt die Rose an und die beiden sind weiter. Ich verstehe es, warum sie gegangen ist. Weil sie eifersüchtig ist. Sie hat es nicht ausgehalten, dass ihr Toni mit jemand anderem flirtet. Ja, es tut mir leid, Jesenia, aber du bist jetzt nicht weiter. Also, du bist jetzt nicht automatisch weiter, nur weil Toni mit jemand anderem geflirtet hat. So funktioniert unsere Challenge nicht. Aber Toni und Olivia sind auf jeden Fall schon mal weiter und die können sich hier in der Zwischenzeit hinsetzen. Die anderen müssen sich wieder hinstellen. Denn irgendwie schaffen sie es nicht, stehen zu bleiben. Jesenia ist auch wieder bei uns. Sie hatte kurzerhand die Matching-Zeremonie verlassen, da sie so enttäuscht von ihrem Toni war. Sie ist ja noch neu im Haus. Ich kann es ihr nicht verübeln. Aber alle, die schon länger dabei sind, die wissen, man kann sich leider nicht auf einen Menschen verlassen. Denn dieser Mensch wird auch anderen Sims näher kommen. Es ist immerhin eine Dating-Challenge. Aber nun wird das Glücksrad entscheiden, wer als nächstes sein Match wählen darf. Wer darf als nächstes sein Match wählen? Mandy. Mandy ist als nächstes dran. Eins ist uns allen schon mal klar, es wird nicht Zoe sein, denn die beiden hassen sich. Aber das wird jetzt spannend. Denn wir haben hier mit Rex 42 Freundschaft und 40 Romantik und mit... Achso, Olivia ist nicht mehr da. Ja, never mind. Es ist doch nicht spannend. Es ist eindeutig unser Rex. Eindeutig. Ja, weil Olivia ist schon weiter. Und Yannick ist nicht mehr da und Ethan auch nicht. Ja. Mandy wird Rex wählen. Deshalb geht sie jetzt hin. Sie kann ihm keine Rose geben. Ich werde mal ganz kurz die Stimmung weggeben, weil sonst... Und die auch. Weil sie muss zumindest die Chance haben, ihm eine Rose zu geben. Und er kann es ja immerhin noch ablehnen, wenn er nicht möchte. Wie wir vorher gesehen haben bei Zoe und Tony. Manchmal passiert das. Und Rex nimmt die Rose an. Das heißt, Mandy und Rex gehen zusammen als Match in die nächste Runde. Und jetzt unterhalten sie sich gleich. Noch niemand hat sich für die zwei Neuen entschieden. Das ist aber tatsächlich für so eine Dating-Challenge. Generell finde ich gar nicht so untypisch. Also auch bei diesen anderen Trash-Formaten sieht man das, finde ich, öfter. Ähm, Olivia und Tony sind gerade Techtelmächtig. Ich habe das nicht geklickt. Ich habe das nicht entschieden. Ja. Schön. Habe ich nicht die Selbstständigkeit ausgestellt? Aber gut. Habt Spaß im Busch miteinander. Aber hier wird es jetzt langsam auch ernst. Wir haben nur noch zwei Plätze frei. Und hier stehen noch drei Kandidaten. Zoe steht ganz im Abseits, weil sie keine Freunde hat. Und dann haben wir noch Amadou und Jesenia. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die drei überhaupt schon mal miteinander gesprochen haben. Also wer sich da überhaupt kennt. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Deshalb bin ich auch skeptisch, dass sie eine Rose annehmen würden. Aber werden wir sehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen, wer als nächstes sein Match wählen darf. Dazu drehen wir wieder am Glücksrad. Zoe. Zoe ist schon wieder dran. Zoe hat ja heute schon mal ihr Glück versucht. Hat aber einen Korb bekommen vom lieben Toni. Jetzt muss sie sich entweder für Amadou oder für Jesenia entscheiden. Ja, sie kennt beide nicht wirklich. 24 Freundschaft. 23 Freundschaft. Okay. Dann wird sie es jetzt mal bei Amadou probieren. Sie wird hingehen und wird ihm... Sie kann ihm keine Rose geben. Was mache ich jetzt? Leute, was mache ich jetzt? Sie kann ihm keine Rose geben. Was hat sie im Inventar? Karton? Tanzfläche? Okay. Ich frage nicht. Sie wird jetzt hingehen und wird... Ja, okay. Dann küssen wir ihm die Hände. Zoe wird Amadou jetzt die Hände küssen. Und er nimmt es an. Und sie gehen straight Techtelmächteln. Wie sollte es anders sein? Das habe ich nicht geklickt. Das hat das Spiel selbst entschieden. Zoe und Amadou gehen jetzt straight Techtelmächteln. Und unsere Jesenia, die ist leider schon wieder draußen. Es tut mir sehr leid. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie länger als eine Woche bleiben kann. Einfach damit wir sie besser kennenlernen. Damit auch sie die Liebe ihres Lebens kennenlernen kann. Aber es hat leider nicht gereicht. Es hat sich jeder für jemand anderen entschieden. Und Zoe und Amadou beweisen das jetzt auch noch bei einem Techtelmächteln. Und somit ist die Matching-Zeremonie für heute beendet. Ja. Jetzt haben wir nur noch sechs Sims im Haushalt. Und in der nächsten Woche kommt wieder einer oder zwei hinzu. Das werden wir dann im nächsten Stream entscheiden. Falls auch du gerne live bei der Love Island Challenge dabei sein möchtest, schau sehr gerne auf Twitch vorbei. Die Challenge findet jetzt jeden Donnerstag statt. Und an dieser Stelle sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!